Nächster Handelstag, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von RealMoneyTrader.com und auch heute wieder eine aktuelle Trading Chance. Wir haben Dienstag und das ruft die Indizes auf den Plan, genau genommen den DAX und dem werden wir uns widmen, allerdings natürlich nicht ohne vorher auf die rechtlichen Hinweise geachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Ein altbekanntes Muster, ein altbekanntes Setup, ein altbekannter statistischer Vorteil, der allerdings natürlich nicht jede Woche greift, sondern der über die Dauer der Anwendung greift, nämlich der Effekt, dass der Aktienmarkt, speziell der DAX, aber auch die US-Aktienmärkte dienstags und mittwochs die besten Tage haben. Wenn man die rausrechnen würde, stünden die Indizes gravierend niedriger. Dienstag und Mittwoch auf der Long-Seite zu handeln ist also hier die Strategie und das Ganze wird diese Woche mit folgendem Produkt gemacht. Ein DAX Long, ein Turbo Bull von HSBC, die WKN lautet TT3YPX, Einstieg Markets, Stop-Loss 0,5 Euro und der Exit ist zeitbasiert am Donnerstag früh. Bei dem Produkt, man sieht es, das steht jetzt aktuell bei 4,30 Euro so ungefähr. Bei dem Produkt ist natürlich klar, wenn wir einen Stop haben, der diese Distanz hat und wir 0,5 Euro hier als Stop-Loss Level haben, dann ist klar, Einsatz gleich Risiko. Das heißt also, wenn ich für mein Konto berechne, als Beispiel, dass ich nur 500 Euro einsetzen möchte, naja, dann nur 500 Euro Risiko haben darf, dann darf ich eben maximal 500 Euro einsetzen. Und wenn jemand für sich 300 Euro errechnet, dann darf er halt maximal 300 Euro errechnen. Dafür ist hier der Hebel natürlich auch sehr, sehr groß mit 37, das heißt, wenn der Markt in die Richtung läuft, dann haben wir ja schon alleine nur bei 1% Veränderung, haben wir schon 37%, Pi mal Daumen, zugewinnen. Also hier ist klar, Einsatz gleich Risiko. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Ciao.